ich gehe mal da her ihr wart gerade noch nicht da oder täusche ich mich da ich seh nix nope ein schlüssel für was storage ich bin im storage brief hier diary und seite 2 und dann war's dass ich mal irgendwas sehen würde wäre ich sehr glücklich auf meine augen ja das war die falsche richtung eigentlich gar nicht hin habe ich denn ich habe nur laudanum und das ist nicht so schlimm ich muss doch sicher da drin irgendwas machen den anderen raum wüsste ich jetzt gerade gar nicht jetzt sind auch wieder die dings weg ah hier gott dem gott dem gott damit gott dem in der ruhe liegt die kraft in der fucking ruhe danke da ist er das ist gut gibt es sonst noch was hier ist zu aber das können wir weg machen oder it's stuck shut okay ich gehe dann mal ich glaube das soll ich auch au das tut mir auch noch die rüstung weh auf wiedersehen mister dankeschön oh jetzt habe ich mich aber doch ein bisschen erschrocken kommt auch noch mal vor so und jetzt muss ich in der maschine rum glaube ich der war hier gut dass ich das fast auswendig hier weiß mittlerweile durch die ganze rumrennerei ohne öl wäre das sonst echt kacke so und wo war das denn hier war es nicht dann war es hier oder nee auch nicht dann war es ähm hier yo so so und jetzt ja jetzt sollte der äh elevator funktionieren ich wünschte echt ich hätte mehr öl in dieser verdammten custom story komm so verschwenderisch bin ich auch nicht ich renne halt nur mal 10 minuten rum und gucke mir alles an erdbeersirup das wäre doch nicht nötig gewesen äh ich ob ich wüsste wenn du schon mal hier gewesen wärst bleib weg von meinem orb Emma du weißt nicht was du dir selbst antust ähm okay fuck you würde ich ja machen aber ich muss diese custom story abschließen tut mir leid förder es ist alles nur ein spiel ähm okay sind wir durch nee stimmt wir haben ja noch kein ohr das wäre unlogisch ähm äh äh hey hier auch nicht invisible barrier hm das ist durchaus interessant und ruhe ich aus und er lädt im fahrstuhl wie bekloppt er zack hallöchen ich hätte gern ein wenig öl als das hebe ich mir jetzt aber mal für dunkle parts auf wie den hier ach nichts ansonsten gibt es ja noch was ja ich versuche ja mit meinem öl sparsam zu sein ich lauf hier mal her oh schmeißt doch nicht eure klamotten vom leib was ist hier uuuhh der orb mit einem fetten schloss lass mich raten nope war irgendwie zu vermuten ich weiß nicht warum was gibt's hier okay hier soll ich vielleicht nicht anmachen la la ihr seid verdammt groß seid ihr ja seid ihr ihr seid sonst nicht so groß jetzt geh auf rest in peace kate edwards below family friend niemand und niemand und niemand wer hätte das erwartet ist bei den anderen was and and der loyale butler niemand ah cool und deborah coleman mutter und ehefrau du wirst vermisst werden und emma coleman he he ähm ich musste aber rein ich brauch nämlich den schlüssel hi äh ich komm aber super wieder raus run okay wenn du das sagst ähm ähm es ist gerade hier echt fingerakrobatik was ich mache da hat es kurz geleckt äh bin ich wieder gut sieht danach aus cool was hab ich da eigentlich gekriegt oh den oop raum schlüssel dann scheint das hier ganz unwichtig zu sein nur deko damit symmetrisch aussieht oder oder tala tala ja hat irgendjemand in der amnesia custom story tala schon mal für irgendwas ich will das hier aufmachen gebraucht mir würde jetzt spontan nichts einfallen was tut es es leuchtet blau und badass motherfucking giant stefanos so kann man wenigstens mal sehen wie die wirklich aussehen hm schade kann man nicht rumtragen gut ich gehe ja schon zum orb hi alles was ich immer wollte war gutes tun meine experimente waren dafür gedacht der menschlichen rasse zu helfen oh gott was bin ich geworden hab ich ihn kaputt gemacht ah es tut gut für die augen wenn man die ganze zeit in dunkelheit steht ja hab ich gut ach ein stück des orbs hat die kiste aufgemacht ich habe eine orb schad ah ok das war keine deko ich weiß wo der hin muss michael jordan wirft ach doch nicht michael jordan hat sich das handgelenk verstaubt ich liebe es das habe ich schon immer geliebt an amnesie so lauf wo bin ich hier jetzt hier eine zelle eine zelle nix brot was hi wer bist du ach soll das der freund sein oder was ich habe ihn kaputt gemacht ich habe ja noch einen orbschad ich habe ja noch einen orbschad warte mal dann auf ihn ne ich versuche nochmal das muss doch irgendwo gehen für irgendwas muss ich die doch gekriegt haben ein piece von the once completed orb of power geile geschichte also hat er den brief geschrieben und wollte dass wir den orb zerstören damit er unsterblich wird das muss irgendwie gehen jetzt vielleicht nicht pfuh okay oh okay nice die war echt gut kann man sich nicht beschweren ich sag mal coole story am ende ich weiß nicht warum ich den orb gekriegt habe da am ende kann man anscheinend für nix gebrauchen aber so wie ich das gerade gesehen habe soll das ja nur der erste teil sein heißt das geht vielleicht noch weiter wenn euch die custom story gefallen hat dann schreibt es in die kommentare dann spiele ich auch den zweiten teil sofern er denn irgendwann erscheint und ihr könnt mir auch gerne noch in die kommentare andere custom story schreiben die ihr gerne sehen würdet nein nicht house of creep weil ich alle teile schon mal gesehen habe und mich dann sowieso nicht mehr erschrecken würde da ist der witz eh weg so und ich guck mal was wir als nächstes spielen mal wieder ein paar indie checks wären ganz cool und ja auch bei indie checks wenn ihr irgendwas cooles wisst ob jetzt kostenlos oder kostenpflichtig kostenlos ist wahrscheinlich die chance größer dass ich aber ich schickt mir die pn wer nicht weiß wie man mir eine pn schickt geht auf meinen kanal und rechts in der seitenleiste steht irgendwo nachricht senden einfach mal durch scrollen findet man schon und wir sehen uns das nächste mal bis dahin Tschüss.